Ja, also für die Theorie, ich hoffe, ich verrate jetzt kein Insiderwissen, aber wichtig ist, wenn wir so stehen, einfach Fingerchen nehmen, wiegen und Druck ausüben. Wenn man richtig Druck ausübt, dann merkt man das auch im Handgelenk. Soweit ist die Theorie, das lernt man in der Polizeischule, wie man es wirklich macht, man schmeißt sich auf den Gegenüber raus und haut ihn einfach um und dann, der Zweck halte ich die Mittel. Kriminaloberkommissar Fabian Boll macht mich fertig und ich hatte ihn im Arm bei TalkDot.